Was geht Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem weiteren Cash or Trash Video. Wir haben heute eine ziemlich coole und vor allem große Box am Start. Wir schauen uns die Glura GX Premium Kollektion an. Vielen Dank an die Kollegen von Lotticards, dass sie mir dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben. Das ist mega cool. Schaut euch einfach mal dieses Glurak an. Das ist die einzige Möglichkeit, das Glurak in einer Full-Up-Version zu bekommen, außer als Rainbow Rare. Hier könnt ihr nochmal kurz lesen. Glurak GX spreizt seine mächtigen Flügel und beherrscht das Schlachtfeld. Super geil. Wir haben hier eine Menge Booster drin. Wir haben drei verschiedene Provo-Karten zu Glumanda, Glutexo und zu Glurak. Natürlich auch eine XL-Version. Dieses Produkt kostet uns insgesamt 44,99. Schauen wir, was wir reinkriegen. Soll ich ganz ehrliches´, was wir reinkriegen. Soll es wieder rein, was wir reinkriegen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.